Uah, guten Morgen zu Medieval Dynastie. Wir sind zurück. Die Bären packe ich auch mal hier wieder rein. Die ist wieder voll. Denn wir werden heute groß auftrumpfen, nämlich... Wir werden heute eine Scheune bauen und mal schauen, ob wir das Feld abreißen können. Also ich glaube, unsere Aussaat ist nichts geworden. Da sind wir uns alle einig. Deswegen verschwindet hier... Oh, guck mal hier. Unsere ganzen Fallen sind auch... Nein, Pilze mit. Vogelfalle noch nicht. Okay. Das Feld würde ich gerne abreißen. Kann man das abreißen? Bestimmt doch, oder? Kann ich nicht. Wie kann ich ein Feld löschen? Nein, kann ich nicht. Ein Feld kann ich, glaube ich, nicht löschen. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Denn wir sollen ja rein theoretisch ein Feld anlegen. Ne, platziere ein Feld. Und eine Scheune. Dazu werden wir jetzt erstmal ein paar Bäume... Brauchen wir gar nicht. Wir haben ja hier auch Holz genug. Ich glaube, das werde ich auch nochmal abreißen. Hier das Gebäude. Äh, Rundhölzer. Acht Stück brauche ich. Hoffentlich kann ich die schleppen. Akzeptieren. Zack. Nein, kann ich natürlich nicht. Ich kann mich jetzt keinen Meter bewegen. Dann muss ich die hier droppen. Und zwar... Vier Stück. Äh, X. Mal vier. Zack. So, mit dem Rest kann ich laufen. Und ich setze die Scheune... Na, ich möchte die Scheune zentral haben. Vielleicht kann ich die hier rüber setzen. Übers Feld. Wenn ich das Feld schon nicht löschen kann... Vielleicht kann ich die einfach hier rüber setzen. Mal schauen. Ich schmeiß die mal hier hin. Die Rundhölzer. Alle. Drop. Zack. So, jetzt hol ich mir die anderen. Zack. Da habe ich sie. Und hier die vier. So, und jetzt kann ich doch rein theoretisch... Mit meinem Bauhammer. Nein, nicht mit meinem Bauhammer. Sondern mit Kuh. Ressourcen. Holzschuppen will ich nicht. Zurück. Speicher. Hier. Nicht... Hä? Ich habe doch hier nicht genügend Ressourcen. Rundholz. Zehn von... Und ich habe acht. Ach du Kacke. Ja, da müssen wir noch mal... Inventar leer machen und so. X alles. Na. So, jetzt alles und... Droppen. Dann werden wir den Rest holen. Noch mal zwei Stück. Rundhölzer. Zwei. Zack, haben wir die. Die Frage ist, wie bauen wir es jetzt? Nein, falsch. Dahin. Dahin. Und dahin. Na, ich kann mich jetzt nicht bewegen. Das ist natürlich doof, ne? Aber ich würde es gerne drehen wollen. Ob ich mir dann gefallen mit tue oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe auch nicht, ob ich das auf dem Weg baue. Ach, nee, 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 nee. Will ich es direkt an der Straße haben? Nein, ne? Dann bauen wir uns da oben her hin. Schwierig immer alles. Schwierig. Komm, zack, einfach so bauen. Na. Ist es am Weg? Ne, passt eigentlich, ne? Ein komisches Dorf, aber wir werden es wohl noch hinbekommen. So, dann werde ich mal anfangen hier, Stöcke und so rein zu hämmern. Rundholz ist drinne. Wir haben jede... Wir müssen sowieso nochmal alles abreißen und nochmal neu aufbauen. Damit wir hier ein bisschen Zeugs rein kriegen. Also hier die Jagdhüchte, die kommt auf jeden Fall weg. Äh, Stroh nehme ich auf jeden Fall mit. Alles. Und Stöcke nehme ich auf jeden Fall mit. Alles. Zack. Der Ressourcenspeicher ist wichtiger, finde ich. Zack. Zack. Rundhölzer brauche ich dafür. Dann glaube ich erstmal noch weiter Stöcke rein. Über wo ich Stöcke rein müssen, Stöcke rein. Ja, ist ja gut. Erhol dich. So, habe ich sonst noch irgendwo Stöcke? Also hier habe ich die Stöcke rausgenommen. Dann habe ich hier sonst noch Baumaterial drin jetzt. Stroh auch nicht mehr. Okay. Weil die Hütte werden wir auch nochmal erpressen. Also wir werden alles neu platzieren. So, was habe ich denn hier noch drin? Habe ich hier noch Stöcke drin? Hier habe ich natürlich noch Stöcke drin. Und natürlich noch Stroh. Ähm, aber ich nehme nicht so viel Stroh mit. Nehmen wir mal 60 mit. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr komisches Haus hier. Das wird auch ganz schön teuer hier in den Steuern demnächst. Aber gut, dass wir alles gebunkert haben. Äh. Achso, mein Hammer ist kaputt. Mein Bauhammer, okay. Was brauche ich für neun? Stöcke habe ich nicht genug. Und ein Rundholz. Dann nehme ich mal ein paar Stöcke. Und ein Rundholz. Hier müssen, glaube ich, auch noch Stöcke drin sein, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Ein Rundholz. Und dann nehmen wir die ganzen Stöcke mal raus. Zack. Craftman 9. A Bauhammer. Und einmal hier die kompletten Stöcke hätte ich gerne. Habe ich jetzt aber gerade schon einen Herzschlag gekriegt. Ich habe gedacht, oh, was war das jetzt? So, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Also, dieses Gebäude sollten wir jetzt nicht nochmal abreißen, ne? Weil das ist echt ein bisschen viel Arbeit, ne? Aber okay. Also, dann packe ich mal mein Stroh zurück. Und nehme dafür jetzt Rundhölzer mit. Machen wir mal vier. Weil sonst komme ich wieder nicht aus der Pötte. Ich glaube, wir müssen aber auf noch mehr fällen, ne? Nochmal alles. Und dann ist nämlich unser Dorfspeicher schon wieder leer. Ja, man sieht es. Da müssen wir ein paar Bäume fällen, wa? Ein paar Bäumchen. So. Wo ist denn unsere Axt? Unsere Axt ist auch im Arsch, oder wie? Das trifft sich nicht so gut. Das ist gar nicht gut, dass unsere Axt jetzt auch kaputt ist. Aber da haben wir mal schnell wieder eine. Ja, die ist auch wieder automatisch auf der 1. Dann roden wir jetzt mal hier ein bisschen den Wald, ne? Baumwild! Na, so. Das sind vier Stücke, ne? Wo ich gerade mal hier am Wasser bin, kann ich eben was trinken. Denn Arbeit macht durstig, ne? So, wo ist der Baum hingekippt? Ich habe doch gerade einen Baum gefällt hier, oder? Hallo? Habe ich nicht gerade hier einen Baum gefällt? Der ist der hier, ne? Ja. So, Rundhölzer. Eins, zwei. Drei. Das war's. Okay. Vier. Fünf. Ich kann auch laufen. Ich kann immer noch laufen. Und immer noch. Rad geht. So. Aber das ist ein großes Gebäude. Aber hier, das war... Wie kriegen wir die Felder gelöscht? Dann muss ich gleich gucken, wie man Felder löschen kann. Machen wir erst mal innen fertig, ne? Der Innenausbau muss stehen. Aber es sieht mir fast aus wie eine Scheune, ne? Wo Tiere reinkommen, finde ich. Finde ich. Ja, war ja wieder klar, dass ich wieder... Da sind noch zwei Rundholz... Hä? Wieso ist da oben ein Rundholz? Dann musst du weichen, Baum. Dann musst du gefällt werden. Das hat ja so keinen Zweck. Und auf Federn sollten wir auch achten, ne? Eins, zwei, drei, vier. Wo sind die ganzen Federn? So, dann bauen wir die erst mal da rein. Aber jetzt sind wir natürlich übelst voll, ne? Komm, ihr Federn. Zack. Ja, das Feld da zu bauen war auch doof. So, wenn wir an der Straße oder auf der anderen Seite am besten bauen, am Fluss, dann haben wir auch nicht weit zum Bewässern und so. So, komm, Rundhölzer weg. Zack. Zwei Rundhölzer weg. Drei weg. Zack. Jetzt habe ich wieder keins. Aber viel sind sie jetzt nicht mehr. Aber hier müssen noch einmal Federn sein, da hinten sind sie doch. Da. Genau, dann haben wir einen schönen Blick auf den Fluss, ne? Das machen wir. Das machen wir. Baum fällt. So. Eins, zwei, drei. Noch irgendwo. Da hinten. Rundholz im Wasser. Vier. Zack. So, essen wir schnell was. Ja, das macht schon was. Hier können wir natürlich auch noch ein schönes Haus hinsetzen. Später. So, noch eins, würde ich sagen, ne? Wir können doch hier rausnehmen, oder nicht? Ja, hier ist nur noch Stroh drin. Aber hier liegt auch noch Zeugs. Komisch. Komisch, komisch. So, ich nehme mal nicht so viel mit. Drei Stück sollten erst mal reichen. Denn da sind, glaube ich, schon zwei zu viel von, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, brauchen wir nur noch einen. So, und dann ist unsere Scheune, bam, fertig. Ressourcenlager. Und hier können wir wahrscheinlich alles reinpacken, ne? Boah, guck mal, was hier reingeht. 300. Ja, da packen wir erst mal unser ganzes Fleisch da rein. Unser ganzes Leder. Unsere ganzen Pelze. Ähm, die ganzen Stöcke rein. Rundholz da rein. So, da können wir uns erst mal wieder bewegen, wie ein junger Gott. Also, die Scheune ist fertig. Die Frage ist, wie kriege ich dieses blöde Dings hier weg? Dieses blöde Feld. Weil das Feld würde doch schön hier hinpassen, oder? Wenn ich hier die Dinger wegkloppen würde. Hier war gerade irgendwas mit E. So. Dass man die immer wieder, dass die nicht weggehen, das finde ich so schade, ne? Denn hier wäre ideal für ein Feld, hier das Stück hier. Warte mal. Apropos Feld. Wie war das jetzt? Ähm. Wie konnte ich nochmal ein Feld bauen? Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ein Feld. Wie kann ich das? Das kann ich nicht wegmachen, ne? Hier das Feld. Wenn ich von hier anfange. So. Eins. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Sieben. Ha. Ich verstehe. Das ist kacke. Das ist kack Winkel. Dann müsste ich hier anfangen und so hoch gehen, ne? Eben hier wegboxen. So, dann machen wir jetzt hier. Moment. So, zack. Fell. Zack. Da. Also. Ein. Auf. Falsch. Ja, aber. Das ist zwar schön und gut, dass ich jetzt hier wieder ein Feld habe, aber. Jetzt habe ich hier wieder ein Feld. Das ist auch zwar schön und gut, aber hier habe ich auch ein Feld. Und ich würde das gerne wegbekommen. Und will ich das Feld jetzt hier haben oder ist das jetzt schon gesetzt? Ich bin mir da nicht sicher. Wie kann ich Felder löschen? Felder löschen. Häuser. Ein einfaches kleines Haus. Haus. Einfaches Haus. Wo ist denn die Scheune, die ich bauen soll? Weil, guck mal, da steht, äh, Baue Scheune. Feld hat der gezählt. Aber was haben wir denn gebaut? Nahrungsspeicher oder was ist das? Ähm. Ah, hier ist die Scheune. So, lass mal Felder hier löschen. Na, kann man nicht lesen, ne? Aber wir sind noch nicht in der Technologie so weit vorangeschritten, dass ich das machen kann. Baue eine Scheune. Und was war du? Du warst ein Ressourcenlager, ne? Und wie kann man Felder löschen? Kann ich das hier irgendwo sehen? Felder. Lass ich mal hier hin. Eine Scheune da. Landwirtschaftliche Technologie gilt für ein Gebäude im... Ja, aber da kriege ich ja erst Punkte, wenn ich, äh, Feldarbeit mache. Ich weiß nicht, ob ich mir damit einen Gefallen tue, wenn ich jetzt hier ein Feld anlege. Aber ich teste es einfach mal. Steinaxt. Ein Werkzeug... Ach, ne, warte mal. Nicht Steinaxt. Hier muss ich ja gucken. Steinhacke, hier. Ein Werkzeug zum Pflügen von Feldern. Transferieren habe ich. Dann werden wir die uns ausrüsten auf vier. Habe ich auch. So, jetzt nehme ich die in der Hand und mache dasselbe. Und dann mache ich das selbe. Und dann mache ich das selbe. Was ich da oben gemacht habe. Das habe ich aber bei dem letzten Feld ja auch schon mal gemacht, ne? Zumindest würden wir denn Zwiebeln bekommen. Das wäre ja schon mal... Denn ich habe ja 20 mal Samen für Zwiebeln, ne? Aber wir haben auch Dünger. Dann hauen wir hier mal Dünger drauf. Das wäre ja schon mal Dünger drauf. So, Freunde der Nacht. Was ist hiermit? Geflügtes Feld. So. Jetzt gehe ich mir den Dünger holen. Beziehungsweise... Ich habe ja noch den... Ich habe keinen Dünger mehr. Warum habe ich keinen Dünger mehr? Den packe ich mir jetzt hier rein. Den Dünger. Zack. Alles nehme ich mal mit. So. Und könnte jetzt mal düngen, ne? Eigentlich. Gedüngtes Feld. Gedüngtes Feld. Gedüngtes Feld. Gedüngtes Feld. Gedüngtes Feld. So. Und was kann ich jetzt aussehen um die Jahreszeit? Kann ich... Äh... Zwiebeln aussehen? Karotten nicht. Kohlen nicht. Rote Beete nicht. Und Zwiebeln nicht. Super. Also müssen wir Flachs... Roggen... Hafer... Weizen. Ja, super. Und das haben wir alles nicht, ne? Flachs habe ich doch gehabt. Oder wie war das? Wartet mal. Na, wir haben Flachshalm, aber kein Flachs, ne? Oh, ist das ärgerlich. Freunde, ist das ärgerlich. Da müssen wir morgen kaufen gehen. Habe ich kein Flachs da? Nein, habe ich nicht. Dammit. Das ist schlecht. Zwiebeln können wir jetzt gar nicht aussehen. Dann werden wir uns trotzdem morgen Flachs holen. Bei dem Dings. Kann ich denn... Ja, ich muss ja Pelze verkaufen. Das nutzt mir ja alles nichts. Die Pelz kaputze. Sollen wir die verkaufen? Ne. Ich würde Pelze verkaufen wollen morgen. Aber dann mache ich mir meinen eigenen Handel kaputt, ne? Mann, ist das ätzend. Das ist echt ätzend. Okay. Bleibt nichts dran zu rütteln. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Die Nacht ist da. Die Folge geht zu Ende. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Und bye bye. Ciao.